Mein Name ist Rainer und ich stehe auf Dicke Männer. Also ich will euch mal erzählen, wie mein gestriger Paar war. Also ich hab erst mal ausgeschlafen bis 12 Uhr. Neue Klamotten, Schuhe, alles so drum und dran. Die Anfrage, ob du Interesse hast, was zu drehen zu unternehmen. Also wir sind immer gerne bereit. Haben wir uns ins Bett gelegt, bisschen gekoschelt, bisschen Fernseher gekocht. Ne, aber dann... Das war der einzige Hartgang zum Tanz. Sonst war er perfekt. Dann sind wir in den Sexshop gegangen. Haben wir uns ein paar Spielsachen für heute Nacht geholt. Ich hab erst mal ausgeschlafen bis 12 Uhr. Ja... 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 Ja...